Sons of Anarchy Sons of Anarchy Das darf man sich also nicht wie in Abenteuerspielfilmen vorstellen, wo die Belagerer nachts vor der Burg eintreffen und am nächsten Morgen gleich mit Katapulten und brennenden Projektilen anfangen. Dies war schließlich auch eine komplexe Sachlage. Niemandem würde ein komplett niedergebranntes Münster voller Leichen nutzen. Am allerwenigsten Bischof Waldeck. So spekulierte man auf Verhandlungen, Kompromisse, auf die psychologische Wirkung einer Belagerung auf die Bürger innerhalb der Stadt. Aber Belagerungen waren auch teuer. Ließ man sich zu viel Zeit, ohne ein greifbares Resultat herbeizuführen, rannte man mit seiner Kriegskasse in rote Zahlen hinein. Und Bischof Waldeck hasste rote Zahlen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihn die Stadt Münster und ihre Untriebe bereits ein kleines Vermögen gekostet. Die ersten Landsknechte, die in Sichtweite der Stadt Lager aufgeschlagen hatten, mochten kaum mehr als 2000 Mann sein. Doch bis zum Sommer sollte diese Zahl auf gesicherte 7.000 bis 8.000 Söldner ansteigen. Diese Truppe kostet den Bischof jeden Monat über 30.000 Entner Gulden. Die Landsknechte bilden insgesamt sieben Lager, die sich um die Stadt verteilen. Doch die Kriegsteilnehmer sind vielfältig. So gibt es mindestens vier Lager der aristokratischen Reiterei und der Münsterländischen Gutsbesitzer. Wir hatten bereits in der vorletzten Episode von Dietrich von Mehrwelt und Drost von Wollbeck gesprochen. Franz von Waldeck bezieht selbst Quartier in Telgte, etwa 12 Kilometer östlich von Münster. Er benennt einen lokalen Adeligen zum Kommandanten über das bischöfliche Belagerungsheer, Wilken Steding. An seiner Seite befinden sich vier Kriegsräte, welche mit den einzelnen Heeresteilen und ihren Anführern kommunizieren. In den kommenden Wochen treffen auch die ersten Mörser und andere Projektivwaffen ein. Es sind alles schwer transportierbare Leihgaben benachbarter Fürstenhäuser. Dies ist ein Zeitalter, in dem Kanonen noch etwas sehr Modernes sind und außerordentlich gottsspielig in Herstellung. Baron Gould spekuliert an dieser Stelle, dass Franz von Waldeck, der sich gegenüber den lutheranischen Reformideen immer wieder aufgeschlossen gezeigt hatte, ohne all diese Ereignisse vermutlich geneigt gewesen wäre, den Protestantismus in Münster offiziell und legal zu machen, hätte das nicht gleichzeitig bedeutet, dass er damit den finanziellen Ast, auf dem er saß, abgesägt hätte. Denn dann hätte er auf das münsterrheinische Gehalt eines Kirchenfürsten verzichten müssen. Und das war substanziell. Ähnlich wie sein Vorgänger, also Friedrich von Wied, balanciert der Bischof von Waldeck zwischen politischen Realitäten, fetten Boni und einer intellektuellen Sympathie für die Reformer. Ach, und dann war der noch die Geliebte. Anna Polmann war ihr Name und sie hatte dem Bischof insgesamt acht illegitime Kinder geschenkt. Das war eines dieser typischen katholischen Geheimnisse, welche nicht nur jeder in der Umgebung des Bischofs kannte, sondern auch darüber hinaus. Hier vermag eine gewisse Motivation liegen, weshalb Bischof Franz von Waldeck im Herzen immer einen Platz für Luther hatte. Beide Priester hatten nicht wirklich Lust auf das katholische Zölibat. Boys will be boys. Als historische Figur schneidet der Bischof durchaus schlecht ab. Für Baring Gould war Franz von Waldeck ein Heuchlein, dessen Brust möglicherweise ein protestantisches Herz geklopft hatte, doch dessen Gier und materialistischer Lifestyle letztendlich überwogen. Der Reformhistoriker Josef Lorz sieht das ähnlich und schreibt, in diesem armseligen Franz von Waldeck stellt sich der ganze Jammer der katholischen Lage dar. Hier zeigt sich also, wie korrupt die Ringe der katholischen Kirche in dieser Zeit gewesen sind. Dies waren ja häufig gebildete Männer und viele von ihnen hatten sicherlich ein Gespür dafür, dass dies nicht die Kirche war, die ihre Vorfahren sich ausgemalt hatten. Und diese religiöse Oligarchie hielt nur aus einem Grund zusammen, wegen Geld. Wer aus der Reihe trat, bestraft er sich damit selbst mit finanziellen Nachteilen. Viele katholischen Würdenträger waren eben die Banker der Renaissance. Auf der anderen Seite, Franz von Waldeck mag ein gieriger Heuchler gewesen sein, doch die Fehler allein bei ihm zu suchen, das wäre sicherlich falsch. Denn die Anabaptisten hatten sich unfähig gezeigt, sich realpolitisch in irgendeinen Reformprozess einzugliedern. Jetzt und hier hatten die Wiedertäufer eine Chance gehabt, Kompromisse zu schließen und dadurch nicht nur zu überleben, sondern den ersten Schritt für eine legitime Präsenz zu begehen. Doch zu Kompromissen war in ihren engsten Reihen niemand bereit. Die Anführer der Bewegung, der Prediger Bernd Rottmann, der Agitator Knipperdolling, der cholerische Jan van Mattheis, sie alle waren berauscht von ihrem eigenen Ego und diesem Platz auf der Obstkiste, den sie nun endlich einnehmen konnten. Sie sahen sich bereits als Sieger, als bewunderte und verehrte Religionsstifter und Propheten. Die Idee, die Besitzdümer jener zu beschlagnahmen, die eben nicht bereit waren, sich durch die Erwachsenen Taufe konvertieren zu lassen, war bereits zu einem fundamentalen Motiv für die Anhänger geworden. Der Enthusiasmus, der unter der taufwilligen Stadtbevölkerung ausgelöst wurde, begründete sich ja in allerlei Versprechungen, die irgendwie eingehalten werden mussten. Ich meine, ein Knipperdolling konnte nicht vor seine Leute treten und sagen, also das mit der ganzen Güterumverteilung, also da haben wir vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen, aber hey, wir haben eine Steuersenkung von 0,6% rausgeholt. Es gibt also auch gute Neuigkeiten. Heute kann man das ja mit den Leuten machen, damals waren die Fronten deutlich verhärteter. Die Erwartungen spielten sich in himmlischen Regionen ab. Dies war die Renaissance, das Zeitalter der geistigen Revolten. Und die Wiedertäufer hatten keine Lust, noch ganze Generationen auf Veränderung zu warten. Sie wollten nun auf die Überholspur. Und viele ihrer Maßnahmen wurden damals so schockierend empfunden, dass sie durch die Jahrhunderte noch immer auf die Nachwelt einwirken. Zum Beispiel die Sache mit dem Geld. Durch all die Vertreibung gelangten die Wiedertäufer an ein beachtliches Vermögen. Sie haben zwar viel kaputt gemacht, vor allem wenn es sich hierbei um rein katholische Kunstwerke gehandelt hatte. Doch sie konnten große Mengen teurer Kleidung und vor allem Geld und Münzen einsacken. Nun gab es aber auch viele, die in der Stadt geblieben waren, da sie ihr Vermögen beschützen wollten. Das wog ihnen halt schwerer als die religiöse Konfession oder das Risiko, als Scheinheilige enttarnt zu werden. Mit anderen Worten, sie waren bereit, sich taufen zu lassen, aber spekulierten wohl darauf, dass sie trotzdem auf dem Familienvermögen sitzen bleiben. Sie wurden sich schon bald wundern, denn die Wiedertäufer hatten sogleich begonnen, hierzu Regeln aufzustellen. Das Ziel war es, Güter und Lebensnotwendigkeiten allen zur Verfügung zu stellen. Reich und arm sollte systematisch aus der Gesellschaft herausgefiltert werden. Die Waren wurden zwar streng bewacht und gemeinschaftlich gelagert, doch wer etwas brauchte, bekam es auch. Das führte natürlich zu interessanten Situationen. Inmitten dieser belagerten Stadt flanierten Fremdepaare aus den Niederlanden, also Menschen, die noch Wochen zuvor in zwielichtigen und vermutlich armen Verhältnissen gelebt haben, nun in den teuersten Gewändern durch die Straßen. Das Verstecken von Vermögen durch betuchte Münsteraner war schon bald streng strafbar. Wer etwas besaß, sollte es abliefern. Wer etwas brauchte, sollte danach fragen. Handwerkern wurde es verboten, für ihre Arbeit Geld zu verlangen. Alles Arbeiten sollte in den Dienst des Neuen Jerusalem gesteckt werden. Und im Gegenzug sollte niemand darben, niemand hungern. Der Geldverkehr wurde somit effektiv außer Kraft gesetzt. Diese Vorgänge haben dazu beigetragen, dass im 19. und 20. Jahrhundert die Anabaptisten von Münster rückwirkend sehr oft als waschechte frühe Kommunisten verdammt wurden. Ein Prädikat, das ich gut nachvollziehen kann, doch als jemand, der stets viel mit richtigen Kommunisten zu tun hatte, kann ich den Vergleich nicht allzu gut unterschreiben, denn alle Kommunisten, die ich gekannt habe, hatten stets eine ausgeprägte Obsession für Geld und von einer Abschaffung des Geldverkehrs war da nie etwas zu spüren. Aber das ist immer das Problem mit Etiketten. Man muss stets dazu sagen, was man sich eigentlich unter einem solchen Begriff vorstellt. Der notorisch eifrige Bernd Knipperdolink, inzwischen zu einem der Bürgermeister der Stadt aufgestiegen, prägt er den Spruch, ein Gott, ein Pott, ein Ei, ein Kuchen. Ein Spruch, der ironischerweise im Münsterland ganze Jahrhunderte überlebt hatte und heute noch dort auftaucht. Das allerdings ist durchaus eine Feststellung, die einen starken kommunistischen Wesenzug hat, die Idee, dass all jene, die über den Durchschnitt leben, nun von diesem hohem Ross auch herunterkommen müssen, um innerhalb der Gesellschaft einen wirtschaftlichen Gleichstand zu schaffen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es ihm, dem stadtbekannten Geschäftsmann, leichter als anderen gefallen war, diese Ideologie zu predigen, denn wie wir in einer frühen Episode besprochen hatten, wurde Knipperdolink von dem Vorgänger von Franz von Waldeck beinahe komplett in den Ruin getrieben. Und Knipperdolinks Freiheit konnte in den darauffolgenden Monaten nur durch private Schulden bei diversen Banken und Geldverleihen ermöglicht werden. Knipperdolink war beim Ausbruch der Belagerung de facto ein hochverschuldeter Mann. Ach ja, Schuldscheine wurden in der ganzen Stadt eingesammelt und verbrannt. Die Wiedertäufer hatten sämtliche Geldforderungen und Schulden aus der Vergangenheit für nichtig erklärt. Und damit könnte man auch heute eine Menge Leute für eine Sekte begeistern, nicht wahr? Du hast 5000 Minus auf deinem Dispo? Wir übernehmen das. Diese Vorgänge sind natürlich nicht bei allen Leuten gleich gut angekommen. Und die Unzufriedenheit Einzelner trug dazu bei, dass die Anführer der Bewegung gezwungen waren, die freundliche Maske des Egalitären etwas zurechtzurücken. Man bekam schnell zu sehen, was der eigentliche Tonfall in der Wiedertäuferbewegung werden sollte. Die Bühne, der Holzklotz und das Richtschwert. Hermann Rothart beschreibt einen Fall aus genau jenen Tagen. Der Schmied Hubert Rüscher, bis dahin ein eifriger Täufer, erklärte geradeaus, die Münsterischen seien ja Narren, dass sie auf die hergelaufenen betrügerischen Propheten hörten. Matthäus ließ ihn ergreifen und verlangte auf den Domplatz vor der gesamten Gemeinde seine Hinrichtung. Vergebens wandte Tilbeck ein, dass dazu ein vorhergehendes Rechtsverfahren gehöre, alsbald gab der erzürnte Prophet seinem Opfer eigenhändig den Tod. Die alte Rechtsordnung war dahin, der Wille des Propheten war Gesetz geworden. Die Hinrichtung von Schmied Rüscher blieb nicht ohne Folgen. Doch vorerst verkniff man sich den Unmut. Doch der erste Riss in der Wand wurde sichtbar. Die Anabaptisten würden schon bald zu tyrannischen Mitteln greifen müssen, um alle auf der Parteilinie halten zu können. Am radikalsten erscheint natürlich die komplette Restrukturierung des kirchlichen Alltags. Und das ist etwas, das heute vielleicht niemanden vom Hocker reißt, aber vor 500 Jahren? Die Anabaptisten hatten den Gottesdienst abgeschafft. Zumindest so, wie man ihn seit Generationen kannte. Sonntage keine mehr, Feiertage keine mehr. Andachten fanden von nun an ohne die kirchliche Kuppel unter offenem Himmel statt. Zwischen Gott und dem Herzen des Wiedertäufers sollte es kein Hindernis mehr geben. Die berühmten Kirchen von Münster hatte man von da an als Kulen bezeichnet und sie als Steinbruch für die Belagerungsmaßnahmen eingesetzt. Knipperdorling und Kibbenbrock ließen sogar die kirchlichen Turmspitzen abbrechen, um auf den so gewonnenen Plattformen Geschütze aufzustellen. Im Nachhinein erscheint es erstaunlich, dass es möglich war, eine derartige sozioökonomische Umwälzung in den Köpfen der Leute durchzusetzen. Und plötzlich beginnt man zu ahnen, wie effektiv hierbei die Ankündigung des Endzeittermins durch Jan Matthais möglicherweise gewesen ist. Doch nichts ist so gnadenlos wie das Kreuz in einem Kalender und der Termin, auf den so viele hingearbeitet haben, die Rückkehr Jesu und das Gericht Gottes war für Ostern am 5. April angekündigt worden. Was würde geschehen? Wie würde das alles aussehen und ablaufen? Und wie viele Leute in der belagerten Stadt haben wohl wirklich daran geglaubt? Ich will jetzt natürlich nicht antiklimaktisch wirken, aber du kannst es dir sicherlich denken, am 5. April geschah nichts, das Gottes Nähe hätte vermuten lassen. Als Jan Matthais angekündigter Endzeittermin platzte, reagierte der Prophet in seiner üblichen, manisch-depressiven Manier. So soll er inmitten eines gemeinsamen Abendessens mit den Worten aufgesprungen sein, Herr, nicht nach meinem, sondern nach deinem Wille geschehe, wo die Osterfestivität hektisch verlassen haben. Am nächsten Morgen nahm er sich ein Dutzend seiner treuesten Gefolgsleute und ritt mit ihnen vor die Tore der Stadt, um sich der Armee des Bischofs entgegenzustellen. Ein klassisches Lösungsthema, das nur waschechte Christen verstehen können. Und Eibel Ferrara vielleicht. Diese kleine Truppe wurde auf dem offenen Feld schnell umzingelt und trotz tapferer Wehr in kürzester Zeit getötet. Die Münsteraner verfolgen das Geschehen von den Mauern und Türmen der Stadt. Die Sache läuft in bester Game-of-Thrones-Manier ab. Jan Matthais wird nicht einfach so im Kampf getötet. Die inzwischen etwas gelangweilten Landsknechte hacken auf seinen Körper ein und zerstückeln ihn in kürzester Zeit amüsiert. Kein General, kein Anführer macht sich die Mühe, sie zu zügeln. Die Bürger von Münster sollen ruhig sehen, worauf sie sich eingelassen haben. Das aber ist nicht das Ende unserer Geschichte. Nein, wir sind mittendrin. Wer geglaubt hatte, dass durch das Ableben des vermutlich psychisch geplagten Jan Matthais die Weltherrschaftsfantasien der Anabaptisten nicht mehr gesteigert werden konnten, der irrt gewaltig. Sein erster Gefolgsmann, Jan Bockelson van Leiden, übernahm sogleich die Zügel. Jan van Leiden hatte sich in den ersten Tagen der Belagerung erstaunlich zurückgehalten. Viele der radikalen und verwirrenden Maßnahmen wurden von Jan Matthais und Bernd Knipperdolling umgesetzt. Und Bernd Rottmann stützte ihnen mit seinen Predigten den Rücken. Doch nun weiß Jan van Leiden seine Chancen zu nutzen und lässt jeden sofort verstehen, dass all die Monate die Nummer zwei nach Jan Matthais gewesen sei. Und mehr, da gab es Visionen, göttliche Eingebungen. Man fragt sich ja, wie denn Jan van Leiden das nochmal hingebogen hatte, gemessen daran, welch ein melchioritisches Ei ihm der Jan Matthais gelegt hatte. Denn Bewegungen zerbrachen auch mal an geplatzten Weltuntergangsterminen. Den Leuten etwas zu versprechen, von dem man weiß, dass es nicht eintreffen wird, ist Brot und Butter der Religionsfanatiker und der meisten Trickbetrüger. Aber wenn dann der Beweis ausbleibt, können solche Anhänger sich auch ganz schnell gegen den Religionsstifter oder das Objekt ihrer Hingabe wenden. Jan van Leiden macht daraus das Beste. Er verurteilt Matthais nicht, doch er erklärt in einer großen Ansprache, vielleicht der wichtigsten in seinem Leben, dass es Gott selbst war, der dem toten Anführer der Bewegung den Sieg entzogen hatte. Denn Matthais sei in den letzten Tagen seines Lebens zu eitel geworden und hatte zu sehr in seine eigenen Kräfte vertraut, so als ob er auch ohne Gottes Wirken imstande gewesen wäre, den Sieg herbeizuführen. Dies sei bereits acht Tage zuvor Jan van Leiden in einer Vision offenbart worden. Gott wünsche den Sieg, ja durchaus, doch nun müsse man dieses Werk ordentlich vollbringen. Jan van Leiden erweist sich als ein extrem talentierter Redner und Demagoge. Er fordert die Gründung eines neuen Komitees mit dem biblisch anmutenden Namen Der Rat der Zwölf Ältesten, der die Menschen nun durch die Krise führen soll. Mit dieser Rede gibt er den Leuten nicht nur die Hoffnung und Gottes Segen zurück, sondern entmachtet auf einen Schlag sämtliche Restspuren einer säkularen Organisation innerhalb der Stadtgrenzen. Der Stadtrat, die Gilden, sie alle hatten, dem neuen göttlichen Gesetz zu weichen. Hermann Rotert schreibt, Nachdem Jan van Leidens Bußruf wieder einmal die Straßen durchgelt und ihn dann ein Gesicht drei Tage lang der Sprache beraubt hatte, verkündete er dem aufhorchenden Volke, dass an die Stelle des von Menschen gesetzten Rates ein durch göttliche Eingebung ernanter zu treten habe. Niemand wagte zu widersprechen und Johann übertrug einem geschickt ausgewählten Rat der Zwölf Ältesten alle Gewalt in geistlichen wie in weltlichen Dingen und gab ihnen ein blankes Schwert in die Hand als Zeichen des Rechtes über Leben und Tod. Die Zwölf, unter ihnen der frühere Bürgermeister Hermann Tilbeck und fünf Ratsherren, verteilten die wichtigsten Arbeiten der Stadt an 42 ausgewählte, meist einheimische Männer. Daneben wurde der bisherige Bürgermeister Knipperdolling zum Schwertführer, das heißt zum Schafrichter, ernannt. Alter Schalter! Die Dinge, die man mit menschlichem Glauben anstellen kann. Unglaublich! Jan van Leiden war offensichtlich ein extrem smarter Typ, der es gelernt hatte, in widrigen Umständen des Amsterdamer Hafenviertels über die Runden zu kommen und dabei eher auf seine grauen Zellen gesetzt hatte als auf Muskeln und Fäuste. Das machte ihn zu einem ganz anderen Schlag Mensch, als Jan Matthijs es gewesen war. Würde man diese Geschichte verfilmen, wäre für Jan Matthijs vermutlich Ray Winstone oder Brandon Gleeson die richtige Wahl, ein psychisch instabiler, besserwisserischer Choleriker. In dieser Hinsicht mutet mich der eher stille Jan van Leiden viel gefährlicher an. Die Frage bleibt allerdings, welcher Schauspieler in diesem hypothetischen Spielfilm Jan van Leiden porträtieren sollte. Vielleicht hast du eine Idee. Außerhalb von Münster demonstrierte man nun eine mehr oder minder engagierte Loyalität gegenüber Bischof Franz von Waldeck. Der Herzog von Kleve, der Kurfürst von Köln, der bereits erwähnter Philipp Landgraf von Hessen, sie alle hatten Truppenteile, Geld für die Soldkasse, aber vor allem Geschütze zur Verfügung gestellt und Richtung Münster geschickt. Sogar die niederländischen Herrschaften, denen die Wiedertäufer schon seit Melchios Zeiten ein Dorn im Auge waren, entsandten aus Brüssel Hilfsgüter für die Belagerer. Das Wiedertäuferische Münster stand plötzlich allein gegen die ganze Welt. Dies war vielleicht der Grund, weshalb jeder angenommen hatte, dass im Verlauf des Frühlings 1534 die Belagerung ein zügiges Ende nehmen würde. Ein weiterer großer Irrtum in dieser Geschichte. Helmut Larkamp hält jedoch auch einen ganz anderen politischen Blickwinkel fest. So schreibt er in seinem Buch über die Wiedertäufer Die Gefährlichkeit der Münsterischen Täufer wird im Reich nur zögernd erkannt. Die Fürsten hegen eher die Vermutung, dass hier der Landesherr eine ihm unbequeme Stadt zum Gehorsam zurückbringen möchte. Keinem ist aber daran gelegen, die kaiserliche Macht zu vergrößern, hat doch Karl V. erst 1528 das große Hochstift Utrecht kurzerhand seinem niederländischen Besitzungen einverleibt. Schließlich greifen die Nachbarn tief in die Taschen, um das gefährdete Bistum Münster nicht aus dem niederrheinisch-westfälischen Reichskreis ausscheiden zu lassen. Franz von Waldeck beweist Charakterstärke und lehnt lockende finanzielle Anerbietungen des Brüsseler Hofes gegen Abtretung des Bistums Münster entschieden ab. Hier sind also bei Helmut Lahrkamp auch einige positive Worte auf das Konto von Bischof Waldeck zu finden, der ansonsten in historischen Büchern eher schlecht davon kommt. Und wir erfahren ein wichtiges Detail. All die Grafen und Fürsten helfen also aus, geben sich aber auch ein gewisses Low-Profile dabei. Ungeachtete Konfession des Bischofsfürsten ist das Ganze ja mehr eine evangelikale Operation. Vor allem die Landsknechte dürften zu diesem Zeitpunkt überwiegend lutheranisch gewesen sein. Es gibt also ein verstärktes Interesse, dieses Ereignis nicht außer Rand und Band geraten zu lassen. Sollte der katholische Kaiser in diese Ereignisse eingreifen, kann die Sache eben allerlei Nachspiel haben. Das gerade behagt in Westfalen nicht. Nun darf man die Rolle der Wiedertäuferbewegung im Blickfeld des Kaisers nicht überbewerten. Der Habsburger Karl V. betrachtete sich selbst als einen Friedensherrscher, was recht ironisch ist, gemessen daran, dass er unentwegt in Kriege verwickelt war. Die Probleme in Münster erreichten sein Gehör vermutlich nur außerordentlich peripheral. Und das war auch etwas, das die norddeutschen Aristokraten so beibehalten wollten. Man wollte nicht, dass die Sache in einem Maße eskaliert, dass sich der Kaiser aus Barcelona zu Wort melden muss und vielleicht sogar Truppen schickt, um die Situation zu befrieden. Bloß nicht. Die ersten Wochen der Belagerung gelten der Vorbereitung. Doch schon bald spielten sich täglich kleine und eher harmlose Scharmützel ab. Die Landsknechte waren schließlich als Haudegen verschrien. Sie waren private, angeheuerte Söldner. Und als solche hatten sie vermutlich Mühe, Woche für Woche auf dem Hintern zu sitzen und auf den großen Tag des Sturmangriffs zu warten. Am 22. Mai begann man nun endlich mit der Beschießung der Stadt. Hierbei hoffte man vor allem, die Welle und Mauern zu schwächen, mit sehr mäßigem Erfolg. Münster war sehr gut befestigt. Vermutlich von Leuten, die Jahrzehnte zuvor eher damit gerechnet hatten, dass die Situation umgekehrt sein würde. Die Katholiken drin und die Frevler draußen. Doch so ist es eben nicht gekommen. Dennoch kann man nicht behaupten, die Wiedertäufer hätten sich wie militärische Dilettanten benommen, die lediglich das Glück gehabt haben, dass ihnen eine gut befestigte Stadt in den Schoß gefallen war. Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass die Verteidigung der Stadt sehr diszipliniert voranging, mit straforganisierten Wachenschichten und Patrouillern auf Mauern und Schanzen, in die übrigens auch Frauen eingebunden wurden. Jan van Leiden, Kibbenbrock und Knipperdolling hatten die Zügel fest in der Hand. Sie hatten es aber auch mit einer Truppe aus 1600 Männern und einigen hundert Frauen zu tun, die alle außerordentlich motiviert waren, beseelt von der Idee, dass Gott gänzlich auf ihrer Seite war. Aber es ist doch interessant, es hervorzuheben, denn dies wurde in älteren Texten über die Wiedertäufer immer etwas anders dargestellt, als ob die Anabaptisten innerhalb der Stadt kaum zu etwas Besserem fähig waren, als in teurer gestohlener Kleidung zu flanieren und Orgien zu veranstalten. Doch die Resultate sprachen eine etwas andere Sprache. Wir haben auch in der allerersten Episode darüber gesprochen, dass sich in den Reihen der Wiedertäufer allerlei Leute befunden haben, die einst an den Bauernkriegen teilgenommen hatten oder an anderen regionalen Konflikten, die in dieser Zeit nicht selten waren. Da waren also durchaus auch einige Menschen darunter, die man guten Gewissens als militär erfahren oder wehrhaft bezeichnen kann. Leute, die wussten, wie man ein Schwert führt, eine Lanze einsetzt oder eine Kanone lädt. Wilkensteding und seine vier Kriegsräte stimmen für den Pfingstmontag, den 25. Mai, einem ersten allgemeinen Sturmversuch zu. Ob es da bereits eine ausgesprochene Hoffnung gab, dass dies den Wiedertäufern den entscheidenden Schlag versetzen würde, weiß ich nicht. Vielleicht galt es nur, den Feind an den Mauern zu testen. Doch viele der Landsknechte nehmen die Sache nicht allzu ernst und treten stark betrunken oder verkatert an. Einige schlugen vorzeitig los und aus einer geordneten Angriffswelle wurde schnell ein unkoordinierter Tumult am Judenfeldtor. Die Wiedertäufer hatten keine Mühen, die Landsknechte abzuwehren. Die Verluste auf der Seite der Belagerer beliefen sich auf 200 Mann und der Angriff musste abgebrochen werden. Diese Niederlage trifft die Landsknechte unverhofft, doch das Timing könnte auch nicht schlechter sein. Denn abgesehen von dem Alkohol, der hier eine Rolle spielt, hat die Missstimmung vor allem damit zu tun, dass seit drei Wochen kein Sold bezahlt wurde. Die Kriegskasse von Bischof Waldeck war ja nie ausufernd voll gewesen, obwohl sie auch recht großzügige Spenden aus Brüssel und aus Hessen beinhaltet haben mag. Wir hatten zuvor festgehalten, dass diese Armee im Monat rund 34.000 Emder Gulden gekostet hat. Das entsprach grob 28.000 sogenannte Goldgulden. Nun hatte beispielsweise die Brüsseler Spende 4.000 Goldgulden betragen, eine Summe, mit der die Söldner gerade mal fünf Tage bezahlt werden konnten. Hier wurde das Vermögen von Bischof Waldeck in Realzeit ausgedünnt. Und Franz von Waldeck war sehr vorsichtig da, mit den Geldhahn allzu freizügig aufzudrehen. Doch nun bahnte sich eine echte Meuterei in den Lagern an. Der Bischof beweist, dass er ein echter Kirchenfürst ist. Er wälzt die Kosten kurzerhand auf die lokale Bevölkerung ab. Also überwiegend auf die Bauern und Handwerker, die ohnehin schon in die Kriegsbemühungen hineingezogen wurden. Da er diese für ihre Arbeit ebenfalls bezahlen muss, werden sie nun zusätzlich besteuert. Sprich, er vorenthält ihnen einen gewissen Prozentsatz ihres Lohns und leitet diese freigewordenen Aktiva der Armee zu. Das kommt ebenfalls nicht gut an. Schon bald zeigen sich gewisse Mängel und Nachlässigkeiten. Manch einer ist nicht sehr motiviert, gute Arbeit abzuliefern, da die Kasse plötzlich nicht stimmt. Etwas, das man in unserem Jahrhundert niemandem besonders erklären muss. Ich hoffe, du findest diese Reihe spannend und hältst mir weiterhin die Treue. Von jetzt an wird es Schlag auf Schlag weitergehen. Die Lage an den Wellen und Mauern der Stadt Münster wird zu einer Geduldsprobe der beteiligten Parteien. Doch es gibt auch Intrige, Verrat und Täuschung. In diesem Sinne, bleib neugierig, lies Bücher und lasse dich nicht polarisieren. Bis zum nächsten Mal. Und wenn du über das Eintreffen der Fortsetzung dieser Reihe informiert werden möchtest, abonniere mich einfach. Bis dann.